Eigentlich hat doch jeder ein besonderes Talent. Es geht immer nur um dich, darum geht es. Du bist der Held, ja? Verdammte Scheiße, immer du, du, du! Das kotzt mich an und ich könnte dir in ein Scheißgesicht schlagen. Das kannst du doch gar nicht. Was kannst du überhaupt um mich? Und das proben wir jetzt nochmal. Hey yo, check this out! All diese Talente von der Straße brauchen lediglich eine Bühne. Und diese Bühne ist genau hier. Your Chance! Die Ufa als größter deutscher Fernsehproduzent sucht neue Talente im unterschiedlichsten Bereich. Du kannst ganz einfach mitmachen. Setcard anlegen, Video hochladen und gewinnen. Natürlich kostenlos. Die Ufa ist immer auf der Suche nach neuen Gesichtern und Talenten. An eine Rolle beim Film oder Fernsehen zu gelangen ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Du musst ein Casting machen. Und wenn dieses Casting mal nicht gerade so läuft, wie du es gerne hättest, nicht aufgeben, dranbleiben, textsicher sein, dann wird früher oder später auch die Rolle deines Lebens kommen. Besonders wichtig beim Radio ist der Wiedererkennungswert. Alles was man braucht, ist also eine eigene Persönlichkeit. Mein Name ist Bilor aus Berlin vom Beatbox Battle und ihr seid bei Your Chance. E-W-I-R-O-W Wenn ihr denkt, dass ihr auch richtig ein Talent habt, besonders an Beatboxing, dann zeigt uns eure Kunst. Beim Musical und beim Musiktheater suchen wir vor allem Darsteller mit großer Leidenschaft und einem Mitteilungsvermögen, das sich in Tanz, Gesang und in Schauspiel äußert. Beim Armdance geht es um Körperkontrolle und hartes Training. Es liegt bei dir. Zeig uns, was du kannst. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020